So, liebe Damen und Herren, als nächstes darf ich Christian Skrotzky vorstellen. Er beschreibt sich selber mit dem Wort Mut und sollten Sie tatsächlich ihn mal zum Kaffee einladen wollen, zum Nachmittag sagt er, er ist Kaffeetrinker, also dann haben Sie schon mal so ein bisschen eine Ahnung, was er gerne hat. Sein erstes Genossenschaftsprojekt ist schon lange zurück. Er hat sein erstes Genossenschaftsprojekt angefangen in der Ausbildung bei einer Genossenschaftsbank und ist vom Beruf her Unternehmer und Macher. Und deswegen freuen wir uns ganz herzlich, dass Christian Skrotzky heute da ist und Sie einfach ein bisschen mitnimmt, was man mit der Genossenschaft machen kann und was da möglich ist. Vielen Dank. Wunderbar, also ich bin auch begeistert, muss ich sagen. Ich habe mir gedacht, ich fahre jetzt hier irgendwie zu dem Ort und vielleicht sind zehn Leute da, kommt ab und zu mal vor, vielleicht 30, aber so viele Menschen, das ist unglaublich. Eins kann ich Ihnen vorwegnehmen, wenn Sie von unseren Projekten hören. Ah, okay, da gibt es jetzt doch einen Klemmer. Ich mache einfach weiter. Wenn Sie von unseren Projekten hören, dann wissen Sie zumindestens eins, dass Sie beim Nachhauseweg keinen Grund haben, dass Sie daran zweifeln, dass es mit der Linde klappen kann. Weil wir im Allgäu sind ja auch sehr ländlich geprägt, haben wir Projekte hochgezogen, an die niemand glauben konnte. Zu meiner Person, ich bin Werbeagenturbesitzer, bin Gastronom, habe eine Gaststätte, die 27 Jahre geschlossen war, wieder eröffnet. Da hat auch jeder gesagt, du hast einen Dachschaden, 27 Jahre geschlossen. Bei uns auf den Dörfern machen alle Gasthöfe zu und du machst einen Gasthof auf, der schon fast 30 Jahre geschlossen ist. Dann habe ich ein Hotel und ein digitales Zukunftszentrum und verschiedene Immobilien, aber hauptsächlich bin ich im Ehrenamt unterwegs. Ich habe zwei Genossenschaften gegründet, kann es Ihnen vorwegnehmen. Beidesmal haben wir über eine Million Euro eingesammelt und Sie können es sich vorstellen, mit 23.000 Euro, 23.000 Einwohner Städtchen mit 12.000 Leuten auf dem Dorf, dass da niemand dran glauben konnte. So, jetzt müssen wir ein bisschen auf Sichtkontakt gehen, nachdem wir keinen Präsenter haben. Ich stelle euch heute vor den Leuker Bürgerbahnhof, den haben wir 2012 eröffnet und ich sehe schon, wir haben jetzt die nicht korrigierte Version, ist egal, die Allgäuer Genussmanufaktur haben wir 2019 eröffnet. Beides im Ehrenamt, wenn wir weiterstellen. Der Bahnhof war ein brachliegendes, ortsbildprägendes Gebäude, ein riesiges Gebäude, seit 1972 schon leerstehend. Es ging darum, das Gebäude zu retten, dass es nicht abgerissen wird und wir haben das Ganze angepackt, die nächste Fläche, nachdem ich nur 30 Minuten habe. Bitte weiterschalten. Gehen wir gleich weiter. Das ist nicht für euch wichtig, was ist und leutgerisch. Vielleicht kurz wichtig ist bei so Gebäuden, wenn man die wiederbelebt, die Historie. Wir haben, das Gebäude wurde gebaut 1889 als Bahnhof des Bürgers, des Königlichen, der Königlichen Württembergischen Reichsbahn, also es war der Bahnhof des Königs und wir haben es transformiert in den Bahnhof der Bulgach. Gehen wir auch gleich weiter. Das ist vielleicht wichtig. Die Stadt hat das Bahnhofsgebäude 1997 gekauft, hat für ganz, ganz viel Geld eine Machbarkeitsstudie machen lassen. Die Mehrheitsfraktion zum damaligen Zeitpunkt, das war bei uns die CDU, hat sich dann eingebildet. Sie macht einen Kulturtempel draus, steckt da 7 Millionen Euro in dieses Gebäude rein. Das hätte bedeutet, wenn der Zug von Zürich nach München um 21.35 Uhr gekommen wäre, dann hätte der Hausmeister gesagt Stopp beim Klavierkonzert, weil der Zug am Gebäude vorbeigerauscht wäre. 2005 bin ich in den Gemeinderat gekommen. Man sieht es jetzt ganz schön, so hat das Gebäude ausgesehen. Bis sich die Bürger darum gekümmert haben, gehen wir vielleicht eins weiter, damit sie sehen, wie es resultatisch ist. 2005 bin ich in den Gemeinderat gekommen und da hat unser Oberbürgermeister gesagt, wir haben ein finanzielles Problem. Die Stadt ist überschuldet. Wir haben zu viele historische Gebäude aufgekauft und dann habe ich mir Gedanken gemacht zu diesem Bahnhof, wenn wir ein Ding weitergehen, habe ich mir Gedanken gemacht, okay, wieso soll das immer die Stadt regeln? Jeder schreit immer nach, die Stadt muss sich kümmern. Ich habe gesagt, okay, das können wir Bürger auch. Und dann ist die Idee entstanden, die Bürger kaufen ihren Bahnhof, Bürger sind ihren Bahnhof und das Entscheidende ist, Bürger beleben ihren Bahnhof. Eine weiter. Was waren die Probleme, warum das Thema nicht durchging? Ich habe relativ hart erfahren müssen, dass es ganz wichtig ist im Gemeinderat, zumindest im Allgäu, dass das von den entscheidenden, sag ich mal, Fraktionsführern kommt und am besten bei uns von der CDU. Und ich war freier Wähler, also parteilos und dachte, ich hätte eine riesige Idee und habe das vorgestellt in meinem Hinterzimmer von einem Gasthof. Den fünf Fraktionsführern waren total begeistert von meiner Idee. Die haben nicht mal einen Kommentar dazu abgeben, sind um 21.30 Uhr aufgestanden, sind wieder gegangen. Am nächsten Tag musste ich beim Bürgermeister vortanzen. Da hat er mir erst mal die Levitin gelesen, was mir einfallen wurde, eine Idee zu entwickeln für ein Gebäude, das der Stadt gehört. Ich habe dann relativ spät kapiert, warum das so ist. Also immer, wenn Bürger Ideen haben, ich rede jetzt vom Jahr 2005, das hat sich vielleicht inzwischen verändert. Immer, wenn Bürger eine Idee haben und dem Gemeinderat oder dem Oberbürgermeister quasi ihre Aufgabe abspenstig machen, indem sie auch eine gute Idee haben, dann gibt es oft Kollisionen. Das ist bei ihnen bestimmt anders in der Region. Im Allgäu ist es aber so, das mögen die Gemeinderäte gar nicht, wenn plötzlich der Bürger eine gute Idee hat. Und dann noch dazu so ein junger Gemeinderat. Also ich war das erste Jahr im Gemeinderat drin. Dann habe ich auch noch einen tollen Nachnamen mit Skrotzki. Da hört man schon, dass der eigentlich nicht direkt aus dem Allgäu kommt. Also das war einfach ein No-Go. Und das Entscheidende, warum niemand daran glauben konnte, und da kommen wir auf den Punkt von heute, ist, weil ich gesagt habe, wir fragen einfach die Bürger, ob sie eine Million Euro beisteuern und dann sanieren wir diesen Bahnhof. Und spätestens da bei dieser Million haben mich alle im Gemeinderat ausgelacht und nicht nur im Gemeinderat, weil das war zu dem damaligen Zeitpunkt völlig illusorisch, dass Bürger eine Million Euro geben. Und wenn Sie wissen, wir sind also Allgäuer und Schwaben. Und wir sind nicht nur Schwaben, wir sind Oberschwaben. Also bei uns, da hält man das Geld mehr als zusammen. Das konnte sich nicht mal die Mutigsten vorstellen, dass die Bürger das geben. Also bis 2010, fünf Jahre lang, ging gar nichts. Ich habe alles Mögliche probiert. Und im Jahr 2010, können wir eins weitergehen, musste es plötzlich ganz schnell gehen, weil die Fördergelder für diesen Bahnhof, das war ein Landessanierungsprogramm, am Auslaufen waren. Das war klar, dass die Sanierungsgelder nur bis 2012 bezahlt wurden. Deswegen wurde plötzlich der Bahnhof auf den Markt geschmissen, die Caritas sollte rein. Jedem Möglichen wurde dem Bahnhof angeboten, nur unserer Bürgergruppe. Wir wurden einfach negiert, so quasi, ja, ich meine, ihr habt ja einen Dachschaden, eine Million Euro, das klappt ja nie. Dann hatten wir das große Glück, dass wir einen Zeitungsredakteur hatten, der uns nach oben geschrieben hat, der immer wieder quasi in der Schwäbischen geschrieben hat, ja, was ist denn mit der Idee von Skrotzky und seinen Kumpels? Und dann kam die Politik nicht drum um, uns auch zu fragen, wie es mit unserer Idee aussieht. Wir haben dann im Gemeinderat vorgetragen, haben gesagt, okay, wir stellen uns das und das Konzept vor und wir wollen das machen. Dann hat der Gemeinderat gesagt, okay, aber wir können euch nicht den Bahnhof geben. Und dann ist es ein Rohkrepierer, da hat man sich darauf geeinigt, wir müssen beweisen, dass die Bürger bereit sind, Geld zu geben. Ihr habt genauso lange Zeit, wie der Gemeinderat Sommerpause hat, von Juni bis September. Und dann müsst ihr beweisen, dass es ist. Wir hatten nur drei Monate Zeit und wir haben Mitte September präsentiert 753.000 Euro. Das war eine unglaubliche Geschichte. Also ähnlich überraschend wie die Zuhörerschaft heute. Da könnte man gleich mal sagen, da müssen wir eigentlich tatsächlich den Pfarrhof machen haben mit drei Millionen bei so vielen Menschen. Aber vermutlich sind die Bader noch ähnlich wie die Oberschwaben, die halten das Geld auch zusammen. Aber das Gute daran ist, Menschen, die das Geld zusammenhalten, haben auch das Geld auf dem Sparkonto. Also da bin ich, glaube ich, hier genau richtig. Auf alle Fälle konnte der Gemeinderat nicht mehr anders, wie uns den Bahnhof zu geben, weil wenn man 750.000 Euro im Allgäu präsentiert, dann hat selbst der Mehrheitsführer, der Fraktionsführer der CDU sagen müssen, okay, also jetzt können wir nicht mehr öffentlich sagen, das wird anders gemacht, weil das war nachher ein absolutes Statement. Im Oktober wurde dann schon die Genossenschaft gegründet und im Dezember 2010 war der Beginn. Im Dezember 2011 hatten wir bereits diese Million zusammen. Den eintausendsten Anteil, wir haben 1000 Euro gehabt, pro Anteil haben wir der Stadt vermacht, weil oft das Argument kam, ja, ein Bahnhof ist doch automatisch schon Bürgerbahnhof. Warum müssen wir den Bürger machen? Weil die Stadt gehört ja jedem. Da haben wir gesagt, okay, den eintausendsten Anteil spenden wir der Stadt, damit jeder Bürger tatsächlich an diesem Bahnhof auch beteiligt ist. Und im April war schon die Einweihung. Jetzt klicken wir noch ein paar Fotos relativ schnell durch. Also der Bahnhof ist ein Traum geworden. Vielleicht war jemand hier aus dem Publikum schon in diesem Bahnhof. Aus einem maroden Abbruchgebäude wurde ein absolutes Vorzeigeprojekt. Leutker kaufen ihren Bahnhof. Sie sehen schon, wir haben ihn nicht wirklich gekauft. Wir haben ihn auf Ortpach genommen. Nur deswegen, weil wiederum eine Fraktion aus dem Gemeinderat Angst hatte, dass sich der Herr Skrotzki und ein paar Kumpels den Bahnhof unter den Nagel reißt. Erst haben sie nicht daran geglaubt, dass wir eine Million zusammenbekommen. Und dann hatten sie plötzlich Angst, dass das nur fünf Kumpels zusammen machen. Also haben wir gesagt, dann machen wir auf Ortpach. Dann bleibt da immer ein städtischer Hand. Wir bezahlen jetzt jedes Jahr 10.000 Euro zurück an die Stadt. Also insofern ist das auch für die Stadt ein ganz gutes Geschäft. Investitionskosten 2,7 Millionen netto. Das waren um die 3,2 Millionen brutto. Und die Bürger haben zum Schluss 1.111.000 Euro eingebracht. Warum 111.000 mehr wie ausgemacht? Weil wir uns ganz am Ende entschlossen haben, ins Dachgeschoss einen Bürgersaal zu bauen. Und dafür brauchte man ein extra Treppenhaus. Und um dieses Treppenhaus zu bezahlen, haben wir nochmal 111.000 Euro eingesammelt. Aktuell sind wir 707 Mitglieder, haben eine Warteliste, die ist inzwischen nicht mehr so groß. Immer so roundabout zwischen fünf bis zehn Leuten. Das ist kein Marketing-Gag. Bis heute, zehn Jahre danach, wollen immer noch Leute bei dieser Erfolgsgemeinschaft mitmachen. Es werden immer wieder Anteile frei, wenn Leute versterben. Ein relativ großer Anteil der Anteilseigner am Bahnhof sind Menschen über 50, über 60, über 70, über 80. Da kommt es bei so vielen Menschen natürlich jedes Jahr zu Todesfällen. Ein Genossenschaftsanteil kann man nicht verarben. Der geht automatisch zurück zur Genossenschaft. Aber wir machen das immer so, dass wenn die Erben den Anteil wollen, müssen die nicht auf die Warteliste, sondern bekommen den Anteil von den Eltern. Und den Satz, merken Sie sich bitte, das ist oft so, wenn ich mit Erben ins Gespräch komme und sage, ja, wollt ihr den Anteil oder die zwei Anteile von Mutter und Vater, wollt ihr den zurückgeben? Dann kriege ich von zehn Erben siebenmal die Antwort, nö, 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 den möchten wir auf alle Fälle wieder. Mama und Papa haben sich da schon Gedanken gemacht und wir möchten auf alle Fälle weiterhin dazugehören. Also es werden, wenn zehn Leute sterben und jeder hätte einen Anteil worden, maximal drei Anteile frei. Und das ist eigentlich das Hauptargument, dass die Leute verstanden haben, dass man mit so einem Projekt, wenn man sich beteiligt, Wurzeln und Fußspuren in seiner Heimat hinterlässt. Das ist das Allerentscheidendste bei der ganzen Geschichte. Wenn Sie 500 Euro bei Ihrer Volksbank investieren, ich bin also gelernter Volksbanker, dann investieren Sie in Bankgebäude, in ein Geschäftsmodell, Kredit, Girokonto, ist alles gut, stehe ich heute noch dazu. Wenn Sie hier investieren, ist es keine Finanzanlage, sondern Sie investieren in Ihre Heimat. Sie bewahren ein Stück Heimat, Sie investieren in die Zukunft. Das ist etwas völlig anderes wie ein Tanker, irgendwo am Oman unten, wo Sie sich beteiligen oder wo man sich überall beteiligen kann. Das ist eine Investition von da, wo Sie herkommen und wo Sie hingezogen sind. Das ist ein Herzgefühl. Das ist kein Zins. Das muss hier bei Ihnen so machen. Und wenn es so nicht macht, sage ich Ihnen ehrlich, das hören wahrscheinlich die Initiatoren es nicht gerne, dann lassen Sie es besser sein, weil Sie müssen mit Herzblut dabei sein. Nur dann haben Sie eine Freude. Wenn Sie sehen, wie was wächst, wie man zusammen was hinbekommt, dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Gehen wir weiter. Die Finanzierung lassen wir weg. Nicht interessant für euch. Das ist vielleicht noch ganz wichtig. Wir haben 17 Arbeitslose angestellt. Nicht gleichzeitig. Insgesamt waren 17 Arbeitslose. Es gibt immer ein paar Menschen, die durchs soziale Netz durchfallen. Ich erinnere mich an unseren Bauleiter, der war Alkoholiker, weil seine Frau einen Gehirnschlag bekommen hat. Der hat sie zweieinhalb Jahre gepflegt, bis zu ihrem Tod. Und hat angefangen, Alkohol zu trinken. Und hat uns dann gesagt, Leute, gebt mir eine Chance in ihm. Gebt mir eine Chance, zurück ins Arbeitsleben zu kommen. Ich rühre keinen Tropfen mehr an. Wir haben gesagt, Franz, wir vertrauen dir. Und der Mann hat einen gigantischen Job gemacht, war Bauleiter. Über fast zwei Jahre hat uns unglaublich viel Geld gespart und hat die ganzen Arbeitslosen, die ja dann nicht mehr Arbeitslosen waren, angewiesen. Was können solche Leute machen? Die können abschleifen, die können Wanddurchbrüche machen, die können anmalen und, 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 und. Wir haben nachweislich circa zwischen 300.000 und 400.000 Euro dadurch eingespart. Die wurden ganz normal bezahlt. Wir haben nicht mal Zuschüsse vom Arbeitsamt angenommen. Also kann ich nur so mitgeben. Ist ein gutes Modell. Waren nachher auch einige dabei, die sind frisch vom Abitur gekommen und haben für drei, vier Monate mitgearbeitet. War eine tolle Geschichte. Die Bauleitung haben wir ehrenamtlich gemacht. Das war Zufall, dass mein Vorstandskollege ein Baugeschäft hatte und ich seit 30 Jahren Gebäudeumbau. Wir haben 99 Prozent der Bausumme in unserer Region liegen lassen können. Wir mussten eigentlich öffentlich ausschreiben. Wir haben aber alle Handwerker klar gemacht aus Leutkern Umgebung. Du musst bei diesem Projekt dabei sein, weil ein besseres Schaufenster wirst du nie mehr haben. Und es ist heute so, wenn ich zum Essen komme in den Bürgerbahnhof, dann sehe ich fast jedes Mal einen Handwerker, der irgendwelche Kunden dabei hat und mit Stolz sagt, du, wir haben die Stuckdecke gemacht, wir haben hier die Akustik gemacht, wir haben die Böde gemacht. Also ein besseres Schaufenster, wenn irgendwelche Handwerker anwesend sind, gibt es nicht wie so ein Bürgerprojekt, weil das ist über Jahrzehnte weg dann das, wo Sie stolz drauf sein können. In ein normales Privathaus können Sie selten rein mit Ihren Neukunden, aber in die Linde oder in den Bürgerbahnhof können Sie immer wieder rein. Rekordbauzeit überspringen wir noch. Was ist im Bahnhof drin? Das machen wir auch ganz schnell. Im Erdgeschoss ist ein ganz, ganz großes Restaurant drin mit eigener Wurzhausbrauerei. Im ersten Stock sind junge Unternehmen drin, einige Start-ups. Und im Dachgeschoss haben wir einen Bürgersaal mit dem Infozentrum Nachhaltige Stadt. Springen wir auch gleich weiter. Jetzt wird es wichtig. Die Kernbotschaften. Der Bahnhof ist in Bürgerhand. Das ist ein riesiger Unterschied, ob ein Bahnhof in der Hand der Stadt ist oder reden wir von einem Gebäude oder in der Hand der Bürger. Ich kann es Ihnen daran beweisen. Unser Gebäude hat seit 2012 kein einziges Graffiti. Kein einziges. Davor war der Bürgerbahnhof wirklich in einem üblen Zustand. Eingeschlagene Fensterscheiben, Graffiti. Die Menschen haben hinters Haus gemacht. Heute ist es so, dass ca. 80 Meter entfernt ist der öffentliche Busbahnhof, der der Stadt Leutkirch gehört. Der ist vollgeschmiert mit Graffiti. Die Fensterscheiben sind eingeschlagen. Das sind so Sicherheitsgläser. Da hat man Kameras installiert, die direkt zur Polizei geschalten sind. Und trotzdem wird der Bürgerbahnhof, der Busbahnhof immer wieder verunstaltet. 80 Meter weiter ist unser Bürgerbahnhof. Da wohnt niemand drin, muss man dazu sagen. Und man sagt, da ist irgendein strenger Hausmeister. Und trotzdem haben wir kein einziges Graffiti. Also auch sprich, die Jugend hat kapiert, der Bahnhof gehört uns. Eine Kommune ist immer so etwas nicht Greifbares, aber wenn man ein Gebäude zusammen macht, realisiert, dann kapieren auch die Jungen, du, den sprühen wir nicht an. Das kann also kein Zufall sein nach zehn Jahren. Was ganz wichtig war, so ein Projekt wie den Bürgerbahnhof und auch die Linde bekommt man nur hin, wenn die Verwaltung zu 100 Prozent hinter so einem Bürgerprojekt steht. Ich habe vorhin gehört, Ihr Bürgermeister ist da. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie es machen müssen. Ich kann Ihnen nur sagen, wie es unser Bürgermeister gemacht hat. Der hat seine ganzen Verwaltungsleute, sprich die Amtsleiter hergeholt und gesagt, das Projekt vom Skrotzki behandeln Sie bitte wie ein Projekt, als ob wir es als Gemeinde machen würden. Und ich möchte nicht, dass er zu mir kommt und sagt, irgendwas wurde blockiert. Und ich kann Ihnen sagen, egal, Ordnungsamt, Bauamt, egal, wo ich war, das war so. Es wurde so behandelt, als ob es ein städtisches Projekt ist. Ansonsten verlieren Bürger sowieso, wenn sie das ehrenamtlich machen müssen, auch relativ schnell die Nerven und die Lust, so etwas zu machen. Also deswegen appelliere ich an Sie, behandeln Sie so ein Projekt nicht wie ein Projekt Nummer 17, sondern es muss das Projekt Nummer 1 sein. Dann verspreche ich Ihnen, dass Ihnen die Bürger was ganz, ganz Tolles machen würden. Und zum Schluss ist eins sehr entscheidend, wenn aus Ihrem Ort so ein Projekt kommt, wie die Linde, dass es funktioniert, dann haben alle was davon. Dann gibt es Preise in Stuttgart und in Berlin, die verliehen werden. Und egal, ob ich als Fraktionsführer oder Bürgermeister nach Stuttgart komme, dann heißt es, ach, Sie sind doch der Bürgermeister mit der Linde, mit der Revitalisierung. Also es ist einfach so. Ein Bürgermeister muss den Kopf hinhalten, wenn es einen Dreifachmord gibt. Ich hoffe, das war hier nicht so. Das ist immer mein Beispiel, obwohl er nichts dafür kann. Aber er darf auch den Kopf hinhalten, wenn die Bürger ein tolles Projekt machen. Dann ganz wichtig, warum investieren im Allgäu die Leute in die Genossenschaften? Wir haben jetzt mehrere gegründet, weil Geld ein Gesicht bekommt. Die wissen also ganz entscheidend, welche Leute stehen vorne dran. Der Oberschwabe, der Allgäuer, der gibt nur 1.000 Euro oder 2.000 oder 10.000 Euro, wenn er weiß, wer die handelnden Personen sind. Böse ausgedrückt, wenn irgendein Fantast, männlich oder weiblich, vorne dran steht, die irgendwas von Wolkenkuckungsheim erzählt, dann gibt der Allgäuer keine 1.000 Euro oder ein Vielfaches. Und für ihn ist es ganz wichtig, welche Leute sind die handelnden Personen? Sind das Leute, die schon in der Gemeinde verhaftet sind? Sind das Leute, die sich an anderer Stelle schon engagiert haben? Oder sind das Leute, die jetzt einfach mal eine Idee verwirklichen wollen? Ich gehe von dem, was ich an Kontakt hatte mit Schriftverkehr und so davon aus, wäre jetzt mein Bauchgefühl, dass sie hier die handelnden Personen haben. Aber beurteilen können es zum Schluss nur sie als Einheimische. Bewahren Sie ein Stück Heimat, da waren wir schon. Ganz wichtig ist, bei diesen Bürgergenossenschaften, die von meinen Kumpels, von mir initiiert wurden, ist immer eins wichtig, es muss einen Ort der Kommunikation geben. Bei der Linde ist es per se so, also das ist mein Standardvortrag, das habe ich jetzt nicht für Sie reingeschrieben. Ganz wichtig ist, wenn Leute Geld investieren, dann sollte es ein Ort sein, wo Leute zusammenkommen können. Jung und alt, also ich bin begeistert, dass direkt in der ersten Reihe die Jüngsten hier sitzen. Das muss ich sagen, war beim Bürgerbahnhof leider nicht so. Also ganz wichtig ist, dass Jung und alt bei sowas mitmacht und auch einen Ort hat, sich zu treffen. Und bei einer Linde, also einem ehemaligen Gasthof, gehe ich davon aus, dass es automatisch so sein wird, dass man sich da treffen kann. Kommen wir zur nächsten Folie. Ich brauche einen Hinweis, wie viel ich verballert habe von 30 Minuten. Viel wird nicht mehr sein, oder? Also ich darf noch. Also die Erfolgsfaktoren, das ist jetzt wichtig, da dürfen Sie jetzt hinhören, da bin ich jetzt auch ganz selbstbewusst, weil wir es mehrfach bei diesen haben. Also ganz wichtig ist, ein ausgeklügelter, betriebswirtschaftlich hinterlegter Masterplan. Das ist das Schöne und Beruhigende, das wird anschließend ja noch ein Kollege darüber berichten. Das ist die einzigste Gesellschaftsform in Deutschland, die Genossenschaft, wo Sie erst mal ein Testat brauchen. Also Sie brauchen einen ausgeklügelten Masterplan und eine betriebswirtschaftliche Rechnung, dann schaut jemand aus Stuttgart oder Karlsruhe drauf und erst wenn die überzeugt sind, dass sich das rechnen kann, bekommen Sie ein Testat und erst dann können Sie eine eingetragene Genossenschaft werden. Eine GmbH, da gehen Sie einfach zum Notar, gründen das, da fragt kein Mensch, ob das eine verrückte Idee ist, ob es eine funktionierende Idee ist und bei allen anderen Gesellschaftsformen auch. Bei der Genossenschaft, das ist für Sie ganz wichtig, wenn Sie 1.000 Euro oder ein Vielfaches geben oder wie auch immer, die Stückelung bei Ihnen sein wird. Sie wissen schon mal, dass Fachleute, die das tagtäglich machen, drauf geschaut haben, dass das funktionieren kann und erst dann ist Ihr Geld im Spiel. Vorher müssen Sie keine Angst haben und vorher kommt es dann wieder auf ein Treuhandkonto oder wir haben es mit Absichtserklärungen gemacht, wir haben noch gar nichts abgebucht. Also das ist eine tolle Sache, ich möchte Ihnen jetzt nicht schon alles vorwegnehmen, aber ich muss einfach von meiner Überzeugung erzählen, warum ich so ein Genossenschaftsfan bin dann ist das Tolle, er, sage ich jetzt, junger Mann, macht einen Anteil mit 1.000 Euro, ich, 55, alter Mann, habe mein Haus schon abbezahlt, macht 10 Anteile und das Schöne ist, dass er gleich viel zu sagen hat wie ich und wenn einer 100.000 bringt, hat er genauso viel zu sagen wie er als junger Mensch oder als nicht zu vermögender Mensch. Bei allem anderen GmbH, CoKG, alles was ist, regiert immer das Geld, immer das Geld, immer das Geld, immer wer mehr Kohle hat, hat mehr zu sagen. Die Genossenschaft ist die einzigste Gesellschaftsform, wo es die direkte Demokratie gibt und das finde ich absolut sympathisch und deswegen glaube ich auch, dass wir im Allgäu so viele Millionen eingesammelt haben. Aufbau von Netzwerken im Vorfeld, ich glaube, das läuft bei euch schon, gehen wir nicht so drauf ein. Denn wichtig ist, ich sage, man braucht eine kleine Kerngruppe, ich sage, mit fünf Kumpels kann man die Weltherrschaft an sich ziehen, ist vielleicht jetzt gerade nicht mehr so ein geeigneter Satz, wenn wir gerade sehen, was da drüben los ist, aber ich will da damit sagen, eine kleine Kerngruppe sollte den Karren ziehen, dann darf es sicher einen erweiterten Kreis geben, es sollte aber sich nicht verlieren in der Beliebigkeit und die Anna hat noch einen Beitrag und der Franz hat noch einen Beitrag und da wurden viele gute Ideen auch zerredet. Was man aber machen kann, man kann Botschafter annehmen und bei uns hat es gut gepasst mit 3b, Bürgerbahnhof Botschafter, wir haben die ausgebildet, das waren insgesamt 58 Leute, meine ich, die komplett über das Projekt Bescheid wussten und an jedem Stammtisch, in jedem Verein haben wir jemanden gehabt, wo berichten konnte, wenn am Stammtisch die Idee zerredet wurde, halt, das stimmt gar nicht, das ist alles ehrenamtlich, das stimmt gar nicht, dass der Skrotzky 3.000 Euro im Monat bekommt und 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 und, was so ins Fels schießt. Immer die Nichtmutigen finden ja 1.000 Argumente, warum sie gegen so ein Projekt sein könnten. Dann ganz wichtig, professionelle Medienarbeit, das ist A und O und ich sage Ihnen gleich, das muss nicht nur hier in Ihrem Gei sein, in Ihrem Kiez, sondern das muss allerbestens bundesweit sein oder zumindest mal überregional. Das ist ganz einfach so, der Landmensch tickt so, wenn der Hinterhuber sagt, das ist eine tolle Idee, dann sagt er, ja, der Hinterhuber, den kenne ich noch vom Gymnasium, der ist einmal sitzen geblieben, aber man findet immer einen Grund, warum einer keine Ahnung hat. Wenn aber in der Lübecker Zeitung steht, in Leutkirch wollen ein paar Verrückte ihren Bahnhof kaufen, dann ruft garantiert mindestens ein Lübecker in Leutkirch an, weil er einen Typen aus Leutkirch kennt und sagt, ja, grüß dich, Hans, servus, kennst du mich noch? Dann sagt er, ja, bist es du? Du bist doch mit mir zusammen bei der Bundeswehr gewesen am Städte, am Kalten Markt, ja, wer ist gestorben von unserer Bude? Ja, niemand. Ja, wieso rufst du mich dann? Ah, ja, du, ich habe in der Zeitung gelesen, ihr seid in Lübeck auf der ganzen Seite mit einem tollen Projekt drin. Ach, mit dem Centerpark. Nein, nein, mit dem Centerpark. Mit dem Bahnhof. Was, der Bahnhof ist bei euch in Lübeck in der Zeitung? Ja, komplette Seite. Ich finde, eine grandiose Idee. Du hast doch bestimmt auch einen Anteil gekauft, mit der Hans bei mir im Burro und sagt, Herr Skotzki, Sie werden sich glauben, die Idee mit dem Bahnhof, die war in Lübeck auf der ganzen Seite drin. Also gibt es da noch einen Anteil? Ich muss auch einen Anteil kaufen. Also, der Prophet im eigenen Land, das wissen Sie selber, ist nichts wert. Und wenn der Leuker-Bürger-Bahnhof in der CDF heute Sendung kommt mit acht Millionen Zuschauern, dann können Sie sich vorstellen, was anschließend in unserem Burro los war. Also deswegen, professionelle Medienarbeit nach außen streuen. Und das führt dann auch dazu, dazu, dass eine Genossenschaft, die Allgäuer Genussmanufaktur, das weiteste entfernte Mitglied, wohnt in Melbourne, Australien. Wenn man den Nachnamen liest, der heißt Schäferler, kann man sich vorstellen, dass der irgendwelche Wurzeln hat zum Allgäu. Aber Sie sehen, so Idee trägt weit über die Grenzen des Ländlichen hinaus. Ganz wichtig ist, wir haben die regionale Unternehmerschaft mitgenommen. Also fast kein renommiertes Unternehmen in Leutkirch, das nicht einen Anteil am Bürgerbahnhof hatte. Ja, also liebe Unternehmer, Unternehmerinnen, die Sie im Saal sind, machen Sie Ihr Portemonnaie auf, zeichnen Sie einen oder mehrere Anteile. Es wird Ihnen nicht das bescheren, dass Sie automatischen Auftrag in dem Gebäude bekommen, weil das geht nach Ausschreibung. Aber ich kann Ihnen nur eins sagen, in unserem Bahnhof ist eine Sandsteintafel, die ist zwei Meter hoch, da stehen alle 700 Genossen drauf. Und wann immer ich in diesem Lokal bin, sehe ich fast immer jemand dran stehen, wo irgendeinen Namen zeigt. Und wenn es nur der Mitarbeiter ist von der Gipserei Wolf und ganz stolz sagt, guck, mein Chef ist auch mit dabei. Also das ist eine Investition für Generationen. Und ganz wichtig ist nachher immer so, der Einzelne wird ein Teil der Gemeinschaft. Wir sind ja inzwischen lauter Individuen. Nur uns geht es schlecht. Jeder denkt nur noch an sich. Das dürfen Sie so für sich auch nehmen. Wenn Sie das vergleichen mit vor 40 Jahren, wird wir inzwischen ticken. Die ältere Generation weiß das noch, dass früher alles nur in Gemeinschaft ging. Im Allgäu musste man früher Frondienst leisten. Und es ist doch gar nicht so lange her in den 60er Jahren. Man hat zusammen den Winterdienst vollbracht. Und heute schreit jeder nach der Gemeinde, nach der Gemeinde, nach der Gemeinde. Die beste Ausbildung und Wortebildung für junge Menschen ist die Feuerwehr, die Musikkapelle, die Landjugend, der Kirchenchor, was auch immer. Weil da werden die Worte der Gemeinschaft transportiert. Und ich bin ja Mehrfachunternehmer. Und wenn ich junge Menschen einstelle, dann schaue ich ganz ehrlich auf den Lebenslauf. Und wenn ich sehe, dass einer bei der örtlichen Musikkapelle ist, dann hat er bei mir schon 15 Punkte mehr. Weil in der Gemeinschaft lernen junge Menschen, was es heißt, zusammen etwas zu bewegen. Und ich mache Ihnen das mal ein einfacher Beispiel. Dorffest in Herrlatzhofen, Sonntag, Ende August ist das immer, 17 Uhr. Da hinten ist eine riesige Regenfront, Gewitterfront. Und wenn dann der Vorstand sagt, wenn wir jetzt alle zusammenhalten und alle zusammen abbauen, dann schaffen wir das noch genau vor dem letzten Regentropfen. Dann kommen wir trocken nach Hause. Und die Jungen lernen relativ schnell, wenn drei Schlaumeier, Testosteron getränkt, hinterm Bierwagen sitzen und rauchen, dann sagen, wir sind noch nicht so blöd und helfen. Dann ist genau wegen denen drei werden alle nass. Und das merken sie dann in der Ausbildung. Und deswegen ist so etwas wir Genossen schafft, ein wunderbares Konstrukt, Menschen wieder zusammenzubringen und das zu lehren, dass man gemeinsam mehr erreicht. Und zum Schluss, warum hat es bei uns gut funktioniert? Wir haben einfach auch viel, viel Glück und die Gunst des Augenblicks gehabt. Die nächste Folie können wir überspringen. Wir haben insgesamt elf Preise gewonnen. Deutschlandweit waren mehrfach in Berlin. Das ist ganz schön für die Gemeinschaft, wenn man sieht, dass so ein Projekt auch über die Grenzen hinaus Anerkennung findet. Inzwischen gibt es eine große Bürgerbahnhof-Familie. Das wäre die nächste Folie. Sulzfeld-Baden kennen Sie wahrscheinlich. Die sind nach unserem Modell gebaut. Gehen wir noch eins weiter. Fazit des Projekts. Ein ortsbildprägendes Gebäude wurde vom Schandfleck zum Schmuckstück. Wir haben in Leutkern Bürgerstolz entwickelt und der Heimatliebe. Wir waren im Allgäuer Käse-Dreieck, isten die Wangen-Leutkoch immer die graue Maus. Wir hatten nichts vorzuweisen, kein Schloss, keine Stadtmauer, klein gar nichts. Heute haben wir unseren Bürgerbahnhof. Ich nenne das das Bürgerschloss und alle sind total stolz, dass wir das hinbekommen haben. Es hat sich wirklich die Leutkauer-DNA verändert. Wir haben das Kino übernommen. Das ist der Mann, der neben mir sitzt in der Werbeagentur, der Wolfgang Bitsch. Das Kino wurde geschlossen und wurde dann sogar verkauft. Und dann haben die Bürger das Kino übernommen. Das Kino ist heute der absolute Renner. Das Kino ist voll. Das gehört 250 Bürgern, aber in dem Fall nicht als Genossenschaft, als Verein. Es ist völlig abbezahlt. Der Kinoverein hat keine Schulden mehr, nur weil ein paar nach vorne gegangen und gesagt haben, du, wenn wir das Kino auch noch verlieren, dann ist mit unserer kleinen Stadt sieht es wirklich traurig aus. Dann müssen alle ins Cineplex nach Memmingen fahren und dann haben wir noch eine verwahrlostere Innenstadt. Und so könnte ich Ihnen jetzt nochmal fünf Projekte sagen, die in den letzten zwölf Jahren entstanden sind, weil die Leute für sich kapiert haben, die Initialzündung war dieser Bürgerbahnhof. Wenn wir zusammen etwas machen, wenn wir ein bisschen was von unserem Sparkonto abheben, dann erreichen wir richtig viel für unsere Region und haben einen entsprechenden Mehrwert. die Beteiligten haben wieder gelernt, zusammenzuarbeiten. Wir hatten allein fünf Zimmermannsbetriebe zusammen im Bürgerbahnhof gearbeitet haben, weil bei uns ist schon seit Jahren, wird bei Ihnen auch so sein, die Handwerksbetriebe sind mit Arbeit voll bis oben hin. Zum Schluss haben fünf Betriebe zusammengearbeitet und haben wieder gemerkt, Mensch, man kann auch zusammen was machen, kann sich Maschinen ausleihen und kann gemeinsam etwas Gutes erreichen. Kommunikationsart, das hatten wir schon, dann springen wir weiter. Noch mal weiter? Noch mal weiter? Also ein Projekt, das leuchtet nicht nur bei Nacht, was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele gemeinsam. Das ist unser Credo, es ist vorher auch aufgetaucht, dieser Satz, und dazu kann ich sie nur animieren. Nachdem wir jetzt nicht mehr viel Zeit haben, mache ich jetzt nur noch den Beweis, dass es keine Eintagsfliege war. Die Allgäuer Genussmanufaktur. Gleich noch mal weiter? Das war ein brachliegendes Gebäude, historisches Brauereigebäude von 1904. Um das Gebäude sah es schrecklich aus, lauter historische Baustoffe. Im Gebäude waren 40.000 Bücher und das habe ich per Zufall mal ersteigert, 2007. Und als mein Mieter verstorben ist, der Antiqua, habe ich gesagt, okay, was machen wir damit? Konnte mein Kompanie überzeugen, dass wir wieder was fürs Gemeinwohl machen. Gehen wir eins weiter? Und habe ein Nutzungskonzept entwickelt. Mir ist eins aufgefallen, wir haben ganz viele Kunsthandwerker im Allgäu und Direktvermarkter, die dann alle ihr Zeug einpacken, auf den Markt fahren, dann regnet es, dann schneit es, dann ist es windig, dann ist es zu heiß. Also da ist mir aufgefallen, dass das Wetter nie passt. Zweitens sind die alle dezentral angesiedelt. Der eine macht es in der Garage, der andere im Keller bei der Oma. und mir ist aufgefallen, ich habe einen Gasthof, da habe ich eine transparente Küche, da habe ich gesehen, dass da Kinder immer an der Glasscheibe hängen, wenn zum Beispiel Schnitzel geklopft worden oder irgendwelche Dinge hergestellt worden, ist mir bewusst geworden, dass die junge Generation nirgends mehr sehen kann, wie Lebensmittel hergestellt worden. Wir haben die Metzgereibetriebe und alles in die Industriegebiete weggeschickt, weil es da angeblich hygienischer zugeht. Das haben sie ja gesehen bei Tönnies, dass das super funktioniert. Ich durfte in den 70er, 80er Jahren nach dem Faschingsfall, Fasnitzball, sagt man glaube hier, morgens um 5 in die Bäckereistube rein, habe da mein eigenes Semmelchen im Backofen gehabt und der Perle Wienerle. Wenn sie das heute machen, dann stirbt danach der ganze Ort, weil sie als Mensch ja unglaublich schlimme Bakterien reinbringen, so sieht es zumindest mal die Lebensmittelpolizei. Deswegen habe ich gesagt, junge Menschen müssen wieder sehen, wie man Lebensmittel herstellt, dann werden sie eine andere Wortschätzung dafür haben. Und bei uns hat der Bäckermeister in der Genussmanufaktur knetet vor den Kunden sein Brot mit der linken Hechtenrand, da ist bloß eine Plexiglasscheibe dazwischen und dann sehen auch Kinder, guck mal, das ist Handarbeit, das kommt nicht wie bei Aldi aus dem Automat raus. Und dann glaube ich, wenn man sieht, wie man kocht, wie man Lebensmittel herstellt, dass es eine andere Wartigkeit gibt. Gehen wir weiter. Wir haben also 16 Gewerke drin, Bäckerei, Brennerei, Brauerei, Goldschmiede, Ölmühle, Kaffeerösterei, Töpferei und, 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 und. Wir haben insgesamt fast 1.000 Mitglieder, wir haben 1,3 Millionen Euro eingesammelt, haben ein bisschen Fördermittel bekommen und in der ersten Saison haben wir 25.000 Besucher gehabt und Sie müssen eins wissen, das ist auf dem Dorf, das Dorf hat 700 Einwohner. Auch hier, wenn wir weiterschalten, nochmal weiter, nochmal weiter, hier sehen Sie Bilder, ist also wirklich gelungen, welche von euch waren ja auch schon da. Gehen wir nochmal weiter. Insgesamt von den 16 sind 12 Startups, also wirklich frisch gegründet, andere Gemeinden bauen ein Startup-Zentrum für ein paar Millionen. Hier sehen Sie ein historisches Bild, dann gehen wir nochmal weiter. Die Kernbotschaften, und da haben wir es auch schon geschafft, ist, Region und Heimat sind wieder sexy. Auf der einen Seite sind wir inzwischen sehr digital, aber umso digitaler wir werden, brauchen wir auch wieder mehr emotional. Wir brauchen etwas, wo wir uns treffen, wo wir was spüren, wo wir was haptisch in die Hand nehmen können. Da ist so eine Genussmanufaktur super geeignet. Essen, Trinken und Genuss verbindet Menschen in der Gemeinschaft, das kennen Sie vom Stammtisch und von den Familienfesten. Ehrenamt, ja, da muss ich jetzt in die Richtung schauen, aber ich gebe Ihnen den Tipp, nicht überfordern. Das ist die große Gefahr, dass Ehrenamtsmenschen sich überfordern und ausbrennen und irgendwann für die Gemeinschaft verloren gehen. Deswegen muss man immer wieder sagen, im Ehrenamt nicht überfordern, viele Dinge auslagern, das muss sich rechnen, ansonsten ist ein Projekt nicht gut. Und ein Genuschensatzprojekt gibt einfach Wurzeln. Wenn ich so junge Männer dabei habe bei mir in der Genussmanufaktur und die studieren in München und haben einen Anteil und können ihre Kommilitonen sagen, komm mal zu mir ins Allgäu, ich zeige mal bei mir auf dem Dorf unsere Genussmanufaktur, dann sage ich Ihnen eins, da kommt ein Stolz raus von den jungen Allgäuern, wenn die denn in München erzeugen können, dass mehrere Markthalle haben, die funktioniert, wo es nur tolle Sachen gibt, das ist unglaublich. Und wenn wir wollen, dass die jungen Talente wieder zurückkommen von Frankfurt, Stuttgart, München, da sollen sie alle mal hin, sollen was anderes sehen, aber wir brauchen ja die jungen Talente in der Heimat, dann müssen wir der jungen Generation Wurzeln geben. Und wenn sie der jungen Generation Wurzeln geben wollen, dann müssen sie sich in der Linde einbringen, mit einem Anteil, mit zwei, drei, vier, dass sie sich nicht aufhalten. Ihr habt Mitglieder, die haben 20.000, 30.000 investiert und glauben Sie mir eins, wenn sie da dabei sind, dann haben sie mal richtig gute Spuren in ihrem Leben hinterlassen. Wenn sie dann eines Tages auf der Gottesacker rausgetragen worden, in der nassen Erde liegen und ihr Anteil geht an ihre Kinder über und die sagen, guck mal, Mutter und Vater haben damals an die Anteile gedacht und zum Beispiel bei der Genussmanufaktur kommt die Rendite in Form von Lebensmitteln und festsperren abends die Dividende weg und sagen, guck, das haben wir Mama und Papa zum Verdanken, dann sind sie unstaublich. Und da dabei möchte ich es belassen, ich drücke Ihnen die Daumen, Sie haben nie eine bessere Entscheidung gemacht, wie heute Abend zu kommen und zweitens heute Abend ein Formular auszufüllen, dann sind Sie klickselig. Dankeschön. Applaus Vielen Dank. Applaus 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 Applaus